das auf die Menschen hatten hier traurig ergeblich hier und da und ich muss da und da ganz ruhig ganz ruhig okay da da kann ich nicht da kann ich hin okay guck mal zu den Freunden wollen wir die nicht besuchen gehen nö nö was muss ich denn noch mal sitzen das da und da hin na oh der sieht mich das da und das das gelbe da hinten ach genau so war es ja ah ganz übersehen Rüstungsvertikow Rüstung 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 auch nö es kommen die ganzen Leve hier mit uns in den Freunden den Jungs schon doch 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 da dann mach da und äh warte mach mal hast du dein Portal dann geh nochmal zurück und mach kannst du hier oben eins machen okay jetzt kommts jetzt musst du ja ein Portal setzen was uns unten die Seine warte ich geh nochmal zurück ja warte wir müssen zum ja so ist richtig und dann musst du dein ich gehönt es hier noch nicht platzieren oh oh ja alles gut alles super oh ne es geht ja das wieder los ah ich mach dann teile mal ich will mich dann okay ah wir waren das gleich gewesen wo kommt auch bei mir kommt's raus ah ja mach ich mach ich bin aber gleich tot glaube ich ähm gelb muss ich wegnehmen aber ich glaube du musst es so hin ist gewesen ja das kann sein ähm da hin hey wieso gehen wir eigentlich immer hoch wir müssen doch eigentlich gar nicht hoch oder nein eigentlich überhaupt nicht hä wieso mach ich das dann ich weiß nicht ich verfolge dich bloß du musst jetzt eigentlich genau so ich muss jetzt durchgehen und du musst auf die plattform du musst hier vorne hin junge das stimmt weil ich muss das hier wegsetzen wieder hinsetzen so ist nur die frage wo setze ich das hin da oben setze ich das hin Achtung Achtung Drei Zwei Eins jetzt alles gut alles gut alles gut alles gut So, und jetzt muss man wieder wegrennen. Los, 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 los. Auch diesen Test hatte vor euch noch niemand... Oh! Keine. Die Sinnlosigkeit für diesen Test. Was ergeben die eigentlich? Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Nein, wer da runter? So. Zum Glück hat man jetzt hier auch zum Zeigen, dass man jetzt so mit... Aha. Halt, lass mich durch Schmerzen So, jetzt ist die Frage, wie es weitergeht Also so jemals nicht Irgendwie muss man die doch zerstören Da bin ich gerade ganz bescheiden Hä? Okay Haben wir das letzte Mal auch so gemacht? Ähm, ja, ich komme zu dir hoch Bald Au! Alter, schon wieder so spät Ähm Ja, bald, machst du mal den Schutz Ach genau, da kamen die Plattformen runter, genau Ach genau, okay Irgendwo kommt das nochmal hin? Also hier fliegen die nochmal raus Da muss da oben ein Portal hingesetzt werden Oh Das war nicht geplant Wo werden die eigentlich gebraucht? Ach, die Würfe müssen zu dir Naja, dann ist einiges klar Ah, genau Jetzt musst du hier rum Genau und rennen rennen ja ja ich schieß mir sogar in die mauer also nochmals glückwunsch zur bewältigung der defekten primitiven dieses zusammenbauen das stresst die menschen haben vergessen eine sicherheits dvd einzulegen ich bin sicher das war ein versehen das leben zur sicherheit naja wusser sicherheit von hier überhaupt nicht sterben wusstustust genau du musst es durch hier oben durch schießen durch dieses gitter genau so ok hier fliegen Wälle rum linke Bälle mhm davon musst hier hin ach das level war das ähm genau genau hier und und dann kommen wir aber nicht durch ich muss das umändern dann gleich darum hab ich ja da muss ich stehen hier machen guck ne stopp das ist ja falsch äh 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 da muss ich so machen und fang dann den auf genau so war das hä ein ne doch nicht gern warte doch 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 das war doch so jetzt jetzt muss es klappen wie das zum Glück bin ich zum Glück bin ich noch nicht durchgegangen mein portal wurde noch nicht gelöscht oh jetzt ich muss jetzt da oben zum laser aber wir wissen ja ein schwieriges level kommt ja noch oh nee schon wieder das hier